Möchten Sie demnächst neue Mitarbeitende einstellen? Dann haben Sie sicherlich schon über die Stellenanzeige nachgedacht. Doch was sollte unbedingt drinstehen? Wir geben den Überblick. Hi, ich bin Xander, SEO-Specialist bei Recruity und ich erkläre Ihnen heute, wie Ihnen die perfekte Stellenanzeige gelingt. Das Ziel einer Stellenanzeige ist es, offene Positionen sichtbar zu machen, interessierte Kandidatinnen und Kandidaten zu informieren und deren Erwartungen zu managen. In der Regel besteht sie aus einem Titel, Ihrem Unternehmensprofil und der Stellenbeschreibung. Wir haben fünf Tipps für Sie zusammengetragen, mit denen Ihnen die perfekte Stellenanzeige gelingt. Erstens, beschreiben Sie die ersten zwölf Monate für Neuankömmlinge in Ihrem Unternehmen und in der neuen Position. Das gibt Bewerbenden einen genauen Überblick, was sie zu erwarten haben. Zweitens, geben Sie im Anforderungsprofil Auskunft darüber, welche Bildung, berufliche Erfahrung und Fachkompetenzen benötigt werden. Drittens, ganz wichtig sind auch die Benefits in Ihrem Unternehmen. Eine vier Tage Arbeitswoche, Weiterbildungsbudget oder Erfolgsbeteiligung sind attraktive Benefits, die auf jeden Fall in die Stellenanzeige gehören. Obstkörbe oder Sitzsäcke wiederum sind eventuell schöne Add-ons, sollten aber keinesfalls als Benefits genannt werden. Viertens, geben Sie Auskunft über das Bewerbungsverfahren, wie viele Interviewrunden gibt es, müssen Bewerbende sich auf einen Use Case vorbereiten etc. Fünftens, Kandidaten und Kandidatinnen schätzen Transparenz und Studien zeigen, dass sie vermehrt Informationen zu Gehältern wollen. Ersparen Sie ihnen doch die mühselige Suche bei Glassdoor oder Gehalt.de und packen Sie eine Gehaltsangabe gleich in die Stellenanzeige. Und als kleiner Bonustipp zum Schluss, wenn Sie mit wenigen Bewerbungen zu kämpfen haben, lassen Sie doch einfach mal das Anschreiben weg. Die Deutsche Bahn erhielt so 10% mehr Bewerbungen. Wenn Sie diese simplen, aber sehr effektiven Tipps einbauen, kommen Sie der perfekten Stellenanzeige ein gutes Stück mehr.